Hallo Kreativfreunde, ich bin Daniela von Happy Stamping und Web.de und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute diese kleine Verpackung für euch. Einige werden sagen, oh Gott sei Dank, nicht schon wieder was mit Halloween. Ja, ich weiß, aber ich stehe halt auf Halloween. Ich gehe am Wochenende essen und wir kriegen am Wochenende Besuch. Und da wollte ich kleine Tischkulis machen. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, kein Halloween. Ich wollte aber auch noch nicht wirklich Weihnachten machen. Von daher habe ich mich halt für dieses Designerpapier entschieden. Wobei das, was drin ist, schon ein bisschen weihnachtlich ist. Das nennt sich Petit Soleil. Das gab es beim Aldi. Da sind so lauter verschiedene Sachen drin. Honig printen, Honiglebkuchen, Lebkuchen mit Marzipan, Dominosteine. Die sind halt alle so einzeln eingepackt. Und ich suche mir jetzt mal einen rein, der da auch, oder einen aus. Der müsste da reinpassen. Benutzt habe ich dafür von Stampin' Up diese kleinen Tüten. Die hatte ich ja auch schon mal bei der Halloween-Serie. Ich finde die immer super klasse. Da kann man immer gut so Kleinigkeiten drin verpacken. Davon brauchen wir eine. Wir brauchen ein klitzekleines Stückchen Designerpapier. Das hat eine Höhe von 8, aber die Länge weiß ich nicht mehr. 12. 8x12 cm. Da gebe ich jetzt auf die Rückseite, wenn ich denn mein doppelseitiges Klebeband wiederfinde. Da ist es. Auf die Rückseite an einer kurzen Seite doppelseitiges Klebeband auf. Dann wickeln wir das dann einfach einmal ein. Also wenn ihr kleinere oder schmalere Stücke habt, reicht auch vielleicht ein kürzeres Stück. Das ist jetzt 8x12 cm. Das ist jetzt für dieses Stück sehr reichlich. Das andere Stück, was ich hatte, war ein bisschen breiter. Also da könnt ihr auch gerne ein bisschen weniger nehmen. Das müsst ihr dann vielleicht einfach einmal ausprobieren, ausmessen. So, das geben wir jetzt einmal hier rein. Ich drücke das mal vorsichtig mit dem Pinsel bis mal unten durch. Nicht ein bisschen aufpassen. Wenn man nämlich an der Schokolade drückt, dann bleibt das Designerpapier weiter oben hängen. So. Genau. Dann geht es auch schon quasi ans Dekorieren. Das ist also eine super schnelle Geschichte. Ich habe mir aus dem zum Papier passenden Framelits, jetzt muss ich lügen, heißen die Flockenzauber? Also das Designerpapier ist aus der Serie Eisblüte und ich glaube die passenden Framelits dazu heißen dann irgendwas mit Eiszauber, Flockenzauber? Ne, Flocken sind ja nicht drin. Ich schreibe es euch unten rein. Ich kann mir die Namen immer einfach nicht merken. Da habe ich diese Ranke genommen. Die liegt noch in der Big Shot. Das Ganze habe ich ausgestanzt mit Glitzerpapier. Diamantgleisten heißt das, glaube ich. Das muss man immer, weil das hinten relativ festes Papier hat, das muss man schon drei, vier Mal durchkurbeln und auch einmal komplett umdrehen, damit man es gut rauskriegt. Oder man nimmt gleich die Präzisionsplatte, dann geht es ein bisschen besser. Dann habe ich mir aus Transparentpapier bzw. Wellum, ich sage immer, dieses Einhorngeweih habe ich mir zweimal ausgestanzt und damit fangen wir auch an, indem wir uns das nämlich ein bisschen zusammenkleben. Eins vor und eins hinter das Geweih und dann nehme ich hier diese Astgabel quasi, dass ich das da so ein bisschen zusammenfüge. Und dann können wir von der Länge hier oben ein bisschen was wegschneiden. Dann nehme ich mir farblich passende Kordel ein Stück. Und fürs Zusammenbinden sind auch immer diese großen, schweren Stanzen ganz sinnvoll, quasi als helfende dritte Hand. Da schneide ich mir schon mal ein Stück Garn zurecht. Dann gebe ich hier noch einen Gluter drauf auf meine Zweige und klebe die in etwa dahin, wo gleich das Band sein wird. Und zusätzlich nehme ich mir noch ein kleines Stückchen von diesem Mini-Paliettenband in Silber. Das passt ganz gut zu diesem eisigen Thema, denn das mache ich noch mit in meine Schleife. Jetzt mache ich erst mal einen Knoten hier rein. Dann kommen meine Palietten dazwischen. Und dann binde ich mir eine Schleife. Dann wird das Ganze noch mal so ein bisschen zurechtgezubbelt, dass das Ganze gut sitzt. Und dann schneide ich oben von der Tüte das, was zu viel ist, einfach ab. Die Möglichkeit auch gerade. Ja. Da ist es nämlich auch schief. So. Und das gibt es einfach als kleines Tisch-Goodi liegt das auf dem Tisch am Kaffee-Wochenende bzw. wenn ich essen gehe. Wer mag, kann jetzt natürlich noch einen kleinen Spruch oder irgendwas drauf machen, aber das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte es einfach so auf den Tisch legen, als kleines Tisch-Goodi. Ich habe so lilafarbene Servietten, die da super gut zupassen. Ja. Kleine Idee zum Nachbasteln. Vielleicht habt ihr Lust. Ich wünsche euch eine kreative Zeit. Bis zum nächsten Mal. Happy Stamping. Tschüss.